Dieses zum Kauf angebotene gut gepflegte Mehrfamilienhaus befindet sich in Rendscheid. Das im Jahr 1910 erbaute Objekt verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Strometagenheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über fünf Parkplätze. Es hat drei Schlafzimmer und vier Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1150 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 310 Quadratmetern auf. Das Objekt steht für 319.000 Euro zum Verkauf. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.